Und bei mir, ich bekomme eigentlich Himmlers Feedback über die Sider-Genaueste und der Beste in der ganzen Region. Ich bin auch der Anzige. Herzlich Willkommen zum 33. Digi-Talk. Heute mit einem speziellen Gast, einem Wetterfrosch, und zwar mit dem Kenny Vogt aus Balzers, von der Wetterstation Balzers. Wir sind sehr gespannt auf den heutigen Talk. Mal wieder ein anderes Thema. Aber vielleicht stellst du dich selbst vor, was du gemacht hast und wieso du jetzt eine Wetterstation hast. Oder mittlerweile ja 5 Wetterstationen. Genau, ja. Ich bin 22, um es noch ein bisschen zu präzisieren. Ich bin momentan Student. Das ist eigentlich mein Hauptberuf. Ich sage jetzt mal, ich werde Kindergarten- und Primarlehrperson. Ich bin jetzt im dritten Studienjahr. Ich werde hoffentlich nächstes Jahr im Sommer das Studium abschliessen. Und dann in den Lehrprofi hier starten. Aber nicht nur. Der Lehrer ist zwar ein sehr schöner Job, den ich sehr gerne ausführen möchte. Aber eben das schon antönt, das Wetter ist ein Hobby von mir. Ein grosses Hobby, das einen grossen Teil von meinem Leben auch einnimmt. Und ich möchte gerne parallel dazu weiterführen. Ich würde immer gefragt, wie ich dazu gekommen bin, zum Wetter. Und ich muss immer sagen, ich habe eigentlich nicht so eine grosse Ahnung. Weil für mich ist es so ein bisschen eine Berufung. Für mich ist das Wetter immer, es hat schon grosse Stellenwert, dass ich nicht denken kann. Und es ist schon ein bisschen das Spezielle daran, dass ich wirklich nicht sagen kann, wie es dazu gekommen ist. Einfach so mal irgendwo auf die Idee kam und dann dachte ich, jetzt setzen wir das um. Ich meine, du hast ja nicht mehr mal mit einer Wetterstation angefangen, ich gerade mit fünf, oder? Genau, ja. Und es war eher ein bisschen ein privates Projekt. Und dann wurde es grösser und grösser. Exakt, ja. Es war schon 2013. Also ich hatte davor schon Wetterstationen, aber ich hatte es jetzt nicht so professionell. Also wirklich so derjenige, die man ganz normal im Laden auch kaufen konnte, wo ganz normaler, sagen wir mal Endverbraucher, die nicht mehr brauchen oder nach Hause rumstehen haben. Aber dann hat es mir nicht mehr gelangt, im 2013. Ich konnte dann mit der Unterstützung meiner Verwandtschaft die Finanzierung bewerkstelligen von einer Wetterstation. Die Kosten waren im vierstelligen Bereich, wo wir da reden. Und als Jugendlicher hat man nicht so viel Geld auf der Seite, das ist ja meistens. Und habe dann diese Station hergezogen. Und es war eigentlich der gleiche Zeitpunkt, als ich sah, wenn ich jetzt schon so eine Schwesterstation hergezogen habe. Facebook ist 2013 ja hoch im Kurs gewesen. Dann dachte ich, jetzt machen wir gleich noch eine Facebook-Seite dazu. Überhaupt nicht mit dem Ziel, jetzt diejenigen zu erreichen, sondern einfach, es gibt sicher Leute, die sich dafür interessieren und einer kann sich bei mir ein bisschen informieren oder auch ein paar wissenswerte Sachen über das Wetter erfahren. Und so hat dann das Ganze seinen Lauf genommen, vor jetzt mittlerweile sechs Jahren. Jetzt hast du gesagt, vor sechs Jahren, jetzt warst du in diesem Jahr 16 oder 17 umgegangen, hat man ja eigentlich, also mal ein, andere Sachen im Kopf kann in dem anderen, als jetzt das Wetter. Wieso fasziniert dich das Wetter so? Oder wieso war das immer schon präsent? Ja, sie kommen ja von Balzers. Und die aus der Region wissen, Balzers ist so ein bisschen ein Föhn-Hotspot, den wir haben bei uns in der Region. Oder wenn nicht sogar der Ort schlechthin, wo der Fö fast den meisten bläst in der ganzen Region. Es ist sicher ein Element vom Wetter, das mich sehr stark fasziniert, wenn der Fö mal röpft. Aber auf der anderen Seite sind es sehr die Wetterextremen, die anderen, die mich faszinieren. Also ich sage jetzt mal, so Wetter wie wir heute haben, so ein strahlender Sonnenski ist für mich einfach langweilig, kann man schon fast sagen. Andere freut so ein schönes Wetter ist, ich finde es langweilig. Eben so die Wetterextremen, so Gewittersturm, Hagel, so grosse Regenmengen, wenn irgendetwas passiert, also nicht passiert im Sinne von, wenn etwas kaputt geht oder jemand schaden kann, sondern einfach das Wetterelement an sich, wenn es blitzt und wenn es donnert. Es sind einfach so Sachen, die mich extrem fasziniert haben schon seit jeher. Und die sind es wahrscheinlich auch, die mich am Wetter draufhalten, wenn es jetzt den ganzen Tag oder monatweis nur die Sonne scheint, wäre mir wahrscheinlich schon lange die Lust und Laune in diesem Hobby vergangen. Gut, aber da haben wir ja bei uns in der Region eigentlich den Vorteil, es föhnt immer wieder einmal. Wir haben alle Wetterextremen bei uns in der Region eigentlich vorhanden. Ja, jetzt scheinst du nicht allein zu sein, wo das Wetter hier in der Region interessiert. Mittlerweile hast du irgendwo 4'500 Follower auf Facebook. Genau. Und du machst ja sehr, sehr regional. Da sind ja auch nicht wahnsinnig viele aus Bern und Zürich und aus Deutschland dabei. Woher denkst du, ist die Nachfrage oder das Interesse dann gleich gekommen? Ja, ich habe das Gefühl, mein Vorurteil ist halt, dass ich wirklich, wie du schon gesehen hast, sehr regional bin. Wenn man jetzt einen Wetterbericht ansieht, sagen die Schweizer Fernseher, Meteoschweiz, so die üblichen, die man da zur Verfügung hat mit den Apps oder auch dann in der Fernsehsendung, haben natürlich eine sehr grosse Fläche, die sie vorhersagen müssen. Sagen die Schweiz, die ja um vielfachs grösser ist, zum Beispiel das Fürstetum Leuchtenstein. Und dann kann man im Wetterbericht nicht auf so regionale Sachen eingehen. Also man versucht es, aber meistens gelingt es nicht so. Und bei mir, ich kriege eigentlich Himmlers Feedback, über die Seider genaueste und der Beste in der ganzen Region. Ich bin auch der Anzige. Gut, dann ist es auch nicht so schwierig, aber wenn man jetzt den Vergleich hernimmt mit den nationalen Wetterdiensten, die wir in der Schweiz haben, und so in Österreich und Deutschland, habe ich wirklich den Nachteil, nicht so regional eingehen zu können. Und ich, dadurch, dass ich ja da in der Region aufgewachsen bin, in Palzers, kenne ich auch die Eigenheiten auf dem Wetter, die man bei uns hat, die vielleicht andere, die in Zürich arbeiten und vielleicht aus der Westschweiz kommen, vielleicht nicht haben für diese Region. Und ich glaube, das ist das grosse Plus, den ich für die Region bieten kann, wirklich mein Wässer und das Know-how, das ich habe, durch meine Erfahrung in der Region und eben auch die Regionalität allgemein, die ich mitbringe. Eben, ich war ja auf deinem Facebook-Account zum Umstöberer. Du bringst ja auch nicht nur einfach das Wetter, sondern gehst sehr, sehr viel auf gewisse Themen ein. Also sprich, du vermittelst Know-how. Und ich glaube, wenn Sie sagen müssten, wieso es vielleicht jetzt du mittlerweile 4'500'000 Follower hast in einem sehr kleinen Gebiet eigentlich, dann ist es eben, weil du auch Know-how vermittelst und nicht nur sagst, ja Mann, ist schön, Mann hat es 15 Grad. Okay, gut. Das ist einmal die erste Information, die ich vielleicht schnell wissen will. Aber du gehst sehr, sehr stark und dann kommt man auch auf gewisse Wetterphänomene ein, auf Gewitter, Blitze, eben den Föhn und whatever. Also eben, jeder, der nicht weiss, wie die Wetterstationen ausgibt, geht auf die Homepage, schaut einmal, was für Informationen man dort bekommt. Und ich finde, das ist eigentlich genauso, der Kern von Social Media. Du bist eigentlich so ein Kleiner und kannst aber, gleich als One-Man-Show und ohne finanzielle Background, da kommen wir später noch drauf, kannst du eigentlich Leute erreichen und Leute folgen dir und das Engagement ist doch recht hoch. Du hast eigentlich auf jedem Post mindestens 100 Likes und Kommentare. Exakt, ja. Ich glaube, das ist so der Grund, wieso du als Kind, und das zeigt dann eben auch, viele haben das Gefühl, ja, ich bin ein kleines und ich kann eh nicht mit der grossen Konkurrenz, ja. Aber genau mit dem, dass man Know-How vermittelt, in dem, dass man sagt, ich bin der Experte in einer sehr kleinen Nische, kann man eben gleich erfolgreich sein auf Social Media. Genau, es ist mir eben auch schon aufgefallen, wenn ich so vergleichen auf Facebook mit anderen, ganz grossen Player, sage ich jetzt mal, mit 10'000 Likes, wenn ich manchmal poste. Und wenn man dort schaut, wie die Interaktionsquote ist, dann ist teilweise, im Schnitt viel niedriger als bei mir. Wenn ich jetzt sage, wir rechnen es jetzt mal an auf 4'000 Likes, die ich auf Facebook sitze, und im Schnitt 100 Reaktionen, es ist ja doch ein sehr hoher Schnitt, wenn man es hernimmt. Ja, das ist eine gute Benchmark für Facebook, also das sind 2,5%. Genau. Das ist eigentlich sehr gut, wie man kommt. Das erstaubt mich eigentlich immer wieder, aber ich kriege auch immer wieder das Feedback über. Eben, die Wetterprognose und die Information sind das eine, aber das andere ist, wie es übergeliefert wird. und dort muss anscheinend ich irgendwie ein bisschen ein Händchen dafür haben, weil mir wird immer wieder gesehen, so wie ich es schreibe, oder die Sympathie, kommt über das Schriftliche auch in den Facebook-Posts eigentlich sehr gut über mich. und jetzt muss man ja noch die Dunkelziffern dazurechnen. Es gibt ja auch noch eine App, wo ich jetzt aber nicht genau so viele Downloads habe, aber ich schätze, da kann es noch einmal etwa 5.000 bis 6.000 dazu. Natürlich, viele von den Facebook-User haben die App zusätzlich noch, also es sind dann doppelte User, aber ich schätze mal, im Großen und Ganzen es sind etwa 8.000 bis 10.000 Leute, die ich im Durchschnitt erreiche mit den Posten. Ich finde es echt faszinierend, was jetzt eben heutzutage mit Social Media alles möglich ist. Ja, du hast gesagt, du erreichst relativ viele Leute, aber wir haben es vor dem Gespräch kurz angesprochen, ich sage jetzt eben die Monetarisierung, sprich irgendwo dem Franken nachher rausziehen, ist, glaube ich, noch nicht wirklich da. Ist das richtig? Genau. Es gibt gewisse Sachen, wo ich Geld kann verdienen, ich sage jetzt mal mit grösseren Vorträgen, wo ich bin, dort werde ich bezahlt für die Arbeit, die ich mache, aber im Großen und Ganzen ist es im Moment noch freiwillige Arbeit. Ja. Und stört dich das nicht? Also weisst du so, kannst du sagen, eigentlich könnte ich die Zeit ja, wenn ich arbeiten würde oder sonst vielleicht irgendeine Idee hätte, um verwirklichen, könnte ich ja ein paar Franken verdienen. Ist schon die Idee, irgendwann einmal Geld auch damit zu verdienen und das ist so wie, okay, jetzt muss ich zuerst einmal ein paar Jahre ohne dauern, jetzt hast du 5-6 Jahre gehabt, und musst das einfach machen, und sonst funktionieren oder sonst musst du einfach viel Geld investieren. Exakt. Nein, mittlerweile ist es schon so, weil eben am Anfang, als ich angefangen habe, hätte ich nie gedacht, dass es das Ausmaß annimmt, was ich jetzt habe. Und jetzt ist schon der Zeitpunkt gekommen und ich denke, so jetzt ist die Zeit da, das haben wir auch viele andere Leute gesehen gehabt. Jetzt, nach 5-6 Jahren, ist der Zeitpunkt da, wo du anfangen musst, Geld verdienen mit dem, was du machst. Es geht nicht darum, dass du dich reich machst damit, sondern einfach die Entschädigst für den Aufwand, den du leistest. Weil es ist ja tatsächlich so, wenn ich jetzt noch lange Zeit quasi das gratis mache, ist auch die Erwartungshaltung, wenn jemand auf mich zukommt, mit Anfragen etc., dass ich es so gratis mache. Und eben, es ist sicher auch der Grund, warum ich es jetzt möchte, ein bisschen monetarisieren, wie du schon gesehen hast. Und da bin ich jetzt momentan noch recht stark daran, das in Kurzfrist umzusetzen. Wäre jetzt noch recht spannend, vielleicht ein bisschen dort drin bleiben. Was hast du für Ideen, um in dem Sinne das zu monetarisieren? Man muss jetzt nicht über Beträge oder so reden. Ja, ja. Weil das interessiert viele an, die sich draussen selbstständig machen oder irgendwo auch ein Hobby haben. Am Anfang war das ein Hobby und dann wird es grösser und grösser. Irgendwann stellen sich viele einmal die Frage, wie mache ich denn ein Geld daraus? Was ist jetzt deine Idee dahinter? Was machst du dort, um irgendwo ein paar Franken daran verdienen? Ich hole jetzt schnell den Bogen zum Wettering Vorarlberg, wo ich ebenfalls als freiwilliger Mitarbeiter tätig bin. Dort mache ich einmal eine Woche lang prognose. Das ist jetzt die Woche zum Beispiel der Fall. Wir haben dort eine Homepage mit Wetterprognosen und Dienstleistungen, die man auch verkaufen kann. Dort ist das Ziel, das Prinzip aufs Leuchtenstein anzubringen. Man kann es vergleichen, dass ich dann wie ein Franchise-Nehmer bin vom Wettering Vorarlberg fürs Leuchtenstein. Ich bin dann quasi Geschäftsführer des Wettering Leuchtenstein. und das Ziel ist, mit der Homepage ist eigentlich die Hauptplattform. Also Social Media wird sicher auch aktuell bleiben. Vor allem, wenn es jetzt so extrem erfolgreich läuft. Aber die Homepage wird noch ein grosser Abnehmer sein, welcher viele Leute erreichen kann. Das Ziel ist, dort einerseits Werbung zu schalten, also Werbepartner und Sponsoren zu finden, die dort Werbung machen auf dieser Homepage für regionale Unternehmen, die vielleicht so gerne noch mit dem Wetter ein bisschen verbunden sind. Sagen so Veranstaltungen, Events, wo dann Pakete buchen kann, wo wir Werbung fürs Event machen über den Wettering und sie dann als Gegenleistung aber auch die Wetterprognose für das Event und wie dann der Event mit dem Wetter verbunden ist. Andererseits aber auch die Wetterprognose zu verkaufen. Nicht nur auch Events, sondern auch Firmen und Hotels. Z.B. viele Firmen haben heutzutage Infobildschirme in ihren Zentralen drin, wo irgendwie jenige aktuelle Informationen über den Bildschirm flimmern. Und dort kann man auch die Wetterprognose einbinden. Ein anderer Weg ist z.B. noch Limobil, also die Leuchtenstahner Verkehrsbetriebe. Die haben zurzeit schon die Wetterprognose vom Wettering Vorarlberg auf den Busbildschirmen. Und dort kann man sehr viele Leute erreichen. Und es geht noch weiter. Wir machen noch Wettervideos. Kann man gerne mal auf YouTube unter Wettering Vorarlberg machen. Wir machen wöchentlich 1-2 Wettervideos. Im Sommer und Winter haben wir Kooperationen mit Skigebieten und mit Freibädern, wo wir dann in Besuch gehen. Ein bisschen Werbung für Skigebiete und Freibäder machen und die Wetterprognose dann in ihrem Skigebiet oder ihrem Freibad präsentieren. Und auch dort haben wir dann wieder sehr grosse Streuungen mit YouTube, Facebook, Instagram, in denen diese Videos gepostet werden. Da haben wir dann wieder eine sehr grosse Reichweite. Und jetzt nochmal zurück zu den Hotels. Dort haben wir natürlich hohe Potenzial, Ihnen PDFs zur Verfügung zu stellen, wo Sie täglich mit aktuellen Wetterprognosen für Ihre Hotelgäste aushängen. Andererseits aber auch, wenn Sie Infobildschirme haben, können wir aktuelle Live-Wetterdaten von Wetterstationen in der Nähe präsentieren, damit die Leute wissen, wie es jetzt momentan aussieht, aber auch andererseits wieder die Wetterprognose auf dem Bildschirm über eine Schnittstelle anzahlen zu lassen. Es gibt doch ein paar Möglichkeiten. Man muss nur etwas kreativ sein. Genau, ja. Es gibt immer Möglichkeiten, das Wissen, das man hat, auch am Schluss zu Geld machen. Exakt. Und da komme ich zu einem Punkt, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man zuerst nicht das Geld im Blick hat und sagt, okay, ich verstehe etwas darüber und jetzt versuche ich das zu verkaufen. Sondern du kommst eigentlich von anderen. Es hat die Intrins, du bist motivierter, ich weiss nicht, wie viele Jahre motivierter. Und jetzt hast du gemerkt, es interessiert ein paar Leute. Und jetzt versuche ich aus dem noch einen Franken zu machen. Genau. Ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz, wenn man das Hobby macht. Und das dann zu Geld machen. Und du bist eigentlich das Paradebeispiel für Leute, die ein Hobby haben, und eigentlich das gerne machen. Und dann eben gleich können nachher irgendwann Geld draus machen. Und viele sagen, ja, haben das Hobby und überlegen sich, ja, okay, soll ich das machen? Ja, ich kann ja kein Geld verdienen. Aber du bist eigentlich jetzt ein Paradebeispiel, dass beides auch möglich ist. Du hast auf der einen Seite deinen Lehrerjob, auf der anderen Seite dein Hobby, das dich fasziniert, das du gleich weiter verfolgen kannst. Das ist eigentlich sehr, sehr spannend. Ich glaube, das könnte ein Modell für sehr viele Leute draussen sein, weil, ähm, ja, man hat immer unterschiedliche Interessen auch. Und ich selber auch. Ich mache zum Beispiel auch gerne Events nebenbei. Und, äh, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sein Hobby und seine Sachen auch weiterhin macht. Ähm, und, äh, dranbleibt. Weil, sonst wird man nicht mehr motiviert sein. So ist es. Ähm, jetzt gehen wir vielleicht mal noch ein bisschen auf die neue Homepage. Oder, äh, du hast ja vorher gesagt, jetzt schliessest du den Wettering Vorarlberg an. Oder, in dem Sinne ein Ablegen vom Wettering Vorarlberg. Genau. Ähm, wird es dann auch professioneller? Oder ist es schon sehr professionell? Ich weiss es nicht zurecht. Wie muss ich mir das vorstellen? Machst du einfach am Abend zuhause oder unterwegs, äh, die ganze Geschichte. Und soll es dann nachher auch wirklich ganz klarität geben? gehst du in eine professionellere Art rein? Es wird ganz sehr professionell. Also, jetzt kann man natürlich darüber streiten, inwiefern, dass es professionell ist, wenn man, äh, äh, sagen wir mal, ein Unternehmen über Facebook betreibt. Ja. Finde ich sehr professionell in der heutigen Zeit. Ja, sehr klar. Äh, äh, ich finde, ich sage jetzt mal, der grosse Nachteil ist einfach, äh, die, äh, die ältere, die ältere Altersgruppen nicht damit noch abzufangen. Gut, die hat es natürlich auch eine App, oder, wo man K-H laden, dort hat es eigentlich Facebook-Inhalte gespiegelt. Also, alles was auf Facebook ist, sieht man in der App auch. Jetzt natürlich, heutzutage hat halt nicht mehr, oder hat noch nicht jeder ein Smartphone. Vor allem die ältere Generation, die vielleicht sagen, ja, kann man dem nicht schlagen oder, ich brauche es einfach nicht, ich möchte es nicht. gibt es natürlich. Und, äh, ich kenne mich natürlich viel aus der Zeitung, wenn irgendwo in der Zeitung zitiert wird. Und, äh, diese Leute könnte man natürlich sehr gut dann auch noch erreichen, weil Internetzugang haben sie meistens, oder ein Computer, wo sie irgendwie noch Zugang haben. Ähm, diese könnte man dann natürlich mit der Homepage sehr gut erreichen. Und ich sage jetzt, der Ausbau mit der Homepage ist ein massiver Angebotsausbau. weil jetzt mache ich jetzt zum Beispiel auf Facebook, ähm, mache ich Warnungen, wenn es braucht, plus am Sonntag und am Donntag immer ein grosses Prognosen-Update mit aktuellen Prognosen. Nachher bin ich nicht mehr allein, würden wir das Vierte sein, die Prognosen machen. Also vier Personen, die täglich aktualisierte Prognosen machen. Also 365 Tage im Jahr, da gibt es keinen Feiertag, quasi, wo nichts aktualisiert wird. Es ist wirklich rund um die Uhr aktuell. Wir haben Wetterwarnungen, die man per Mail versenden kann. Wir haben im Winter einen SMS-Dienst für die Winterdienste, wo SMS rausgehen, und sie dann informiert werden am Abend, wie viel Schnee ist über die Nacht zum Beispiel zu erwarten. Wir wissen, ob wir uns jetzt gesalzen, ob wir uns in die Flüge gehen. Wir haben dann ein Profi-Wettermodell drin, wo wir vom französischen Wettermodell Arum zum Beispiel Daten abgreifen und für uns visuell darstellen. Für die Region, es ist schon sehr erfolgreich, zum Beispiel die Landeswarnzentrale im Vorarlberg. Sie arbeiten schon sehr intensiv mit unserem Wettermodell, mit dem wir dort ausgearbeitet haben. Und auch sonst eben alles, was informationstechnisch abläuft, zum Beispiel noch ein Föhndiagramm, wo man dann sieht, wie wahrscheinlich das ist, wie der Pfeu in den nächsten Tag kommt und wie stark auch das zu erwarten ist. Da haben wir dort noch auf der Homepage alles ersichtlich. Wir haben eine Social-Media-Wall drauf, wo alle Facebook-Posts auf der Homepage ersichtlich sind. Wir haben YouTube-Videos eingebunden auf der Homepage. Also ist eigentlich wirklich noch eine zentrale Plattform, die dann quasi noch abgeschlossen wird mit einer Live-Karte. Das ist schon ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal. Wir haben eine grosse Live-Karte auf der Homepage, wo über 200 Wetterstationen, private Wetterstationen aus Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Deutschland quasi auf anderen Karten vereint sind mit aktuellen Wetterdaten. und dann sieht man, wo es gerade am meisten stürmt, wo es am meisten regnet, wo es am heissesten ist. Also ist eigentlich wirklich die Plattform, wo man sich im Lechtenstand in der Region über das Wetter informieren kann. Ja, also dann ist es ja wirklich Eilig von Dach, also relativ klein auf Dach ein massives Angebot. Genau. Und das ist in diesem Sinne auch der Schritt zur Professionalisierung, um zu sagen, okay, jetzt sind wir ein kompletter Wetterdienst, der alles anbieten kann, die die grosse in diesem Sinne heute auch anbietet. Genau, ja. In diesem Fall vielleicht auch so ein bisschen zukunftsorientiert auch. Könnte das auch etwas sein, was du irgendwann vielleicht Vollzeit, vollberuflich machst? Weiss nicht, darfst du das jetzt sagen, wenn du aus bist? Hast du den Lehrer schon einen Job? Nein, noch nicht. Noch nicht, gut. Dann schneiden wir dann raus. Nein, aber wäre es schon etwas, wo du vielleicht denkst, ja, wenn es ein bisschen grösser wird, wenn es finanziell drin liegt, wirst du gerne 100% machen? Man sieht ja, ich sage niemals nie, oder? Ich sage vollzeitlich, weil ich es eigentlich nie machen will. Das habe ich ja schon immer gesehen gehabt, weil ich mein Hobby eigentlich nicht zum Vollberuf machen will, weil ich es gerne machen möchte. Wir haben es vorher schon ein bisschen angetönt mit der Passion, mit der Motivation, die dort drin ist. Und wenn ich mich dann damit beschäftigen muss, rund um die Uhr quasi, zwangsläufig, und weil es ein Beruf ist, habe ich das Gefühl, es besteht irgendwann doch Gefahr, und wenn man es gerne macht, dass man dann irgendwann denkt, jetzt langt es einfach. Oder dass man dann einfach irgendwann die Schnauze voll hat und einfach mal eine Abwendung von dem braucht, oder eine Pause davon. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Und ich habe das Gefühl, es arbeite dann noch relativ gut. Dadurch, dass wir dann vierter zusammen arbeiten, bin ich nicht immer 100% drin. Sondern ich habe wirklich eine Woche im Monat, wo ich voll drin bin. Auch mit der Aktualisierung, hinterher läuft natürlich das Geschäftliche, mit der Sponsoring, mit Verträgen, mit Leuten, die Anfragen machen. Es läuft natürlich immer noch weiter. Aber ich bin doch ein bisschen ein Stück weit entlastet. Aber eben zu deiner Frage, ob ich es dann vollzeitlich machen möchte, ausschliessen möchte ich es nicht. Aber ich möchte es eigentlich so schauen, dass ich wirklich irgendwie 50-50 behalte. Dass ich wirklich eine Abwechslung habe noch dazwischen drin. Ja. Ähm, jetzt ist ja mein Lichterstein nicht ganz so gross. Die Wachstumsmöglichkeiten sind eher begrenzt, rein geografisch. Genau, ja. Ist aber trotzdem irgendwie, angefangen hast du mit einer Wetterstation, jetzt hast du fünf Wetterstationen. Ist auch die Idee, allenfalls irgendwo in den Werderberg so auszubreiten. Das heisst, ich konzentriere mich wirklich nur auf das Lichterstein, weil ich weiss auch sehr viel im Werderberg. Ich sage, schau dir deine Wettersachen an, kenn deine Wetterstation. Ich meine, das Wetter links vom Ries ist genau das gleiche wie rechts vom Ries, also mal bei uns in der Region. Ist das noch irgendwo, wäre das eine Möglichkeit zum Ausbau? Natürlich Potenzial gibt es immer. Ich habe immer Interesse zum weiter Ausbauen, auch im Werderberg. Ähm, das zentrale Ziel ist jetzt für mich aber eigentlich mal im Liechtenstein eine gute Abdeckung zu haben. Wenn möglich wäre für mich cool, jeder im Liechtenstein. Es sind ja elf Gemeinden. Jeder Wetterstation hat sich zum Beispiel letzte Woche wieder gezeigt. Wir hatten ja dort ein recht starkes Gewitter gehabt. Es hat auch die Werderberger teilweise noch betroffen Also ich wohne übrigens auch im Liechtenstein. Man hört es zwar nicht, aber ich wohne Scham. Und dort sind ja vor allem die Rugeller betroffen. Ja. Letztes Wochen hatten wir ja starkes Gewitter mit einem Baum, der dann umgekehrt ist und überfluteten Kellern. Und ich hatte zum Beispiel die Rugell-Wetterstation. Die nächste, die ich habe im Unterland ist das Muren. Das ist auch die einzige im Unterland. Dort hat sich jetzt wieder gesagt, dass Rugell wäre dann doch noch interessant von der Abdeckung her oder dass man jeder gemahnte Station hat. Einfach die lokalen Gebenheiten, wie zum Beispiel die weiteren sind, sehr lokal. Dort kann man nicht das ganze Land als repräsentative Form hernehmen. Dort muss man wirklich sehr lokal sein. Und dort wäre es wirklich cool, wenn man jetzt zum Beispiel dann wahrscheinlich das erste Land auf der ganzen Welt wäre, wo jeder gemahnte oder jeden Ort eine Station hat. Gut, es ist jetzt sicher auch verhältnismässig einfacher im Liechtenstein in der Schweiz oder in der USA. Aber man kann sich dann so nennen. Das ist ein Aufhänger in jeder Gemeinde der Wetterstation. Jetzt haben wir sehr, sehr viel über das Geschäft geredet, über die Wetterstation. Jetzt würde mich aber trotzdem noch wundern, wieso du ... Es sind doch zwei Unterschiede. Auf der einen Seite Unternehmer, wo du bist, auch wenn du bis jetzt noch nicht Geld verdient hast, aber eigentlich ist das ein Unternehmer. Und auf der anderen Seite bist du Lehrer. Aus meiner Sicht zwei extrem kontroverse Kontroverse Sachen. Ich sage jetzt, Lehrer, Staat, sozial muss er auch sein, mit Kindern. Und auf der anderen Seite der Unternehmer. Wieso da? Also wieso so der Kontrast? Und für mich ist es ein Kontrast. Ich bin selber in die Schule gegangen. Wieso der Kontrast? Ich habe tatsächlich meine Talente optimal kombiniert. Weil ich weiß, ich habe eine soziale Ordnung, vor allem bei Kindern. Auf der anderen Seite eben auch das Interesse mit dem Wetter. Und ich finde, es ist ein Kontrast. Aber es schliesst sich nicht gegenseitig aus. Es lässt sich im Gegenteil sogar wunderbar kombinieren. Zum Beispiel in der Schule im Renniesbach. Neu heisst es NMG. Früher war es noch Mensch und Umwelt. M&U. Jetzt heisst es Natur-Mensch-Gesellschaft. Und dort nimmt das Wetter einen Stellenwert ein. Zum Beispiel. In der Kindergarten und der Primarschule kann ich sehr wohl mein Wissen, das ich zum Wetter und zum Klima habe. Und ich bin auch sehr in die Geografie interessiert. Das Wissen kann ich sehr gut weitergeben. Den Kindern auch. Oder schauen, dass ich meinen Schwerpunkten oder das, was ich gut hatte den Kindern. auch gut weiterliefern kann. Darum finde ich, es ist sehr gut eine Symbiose zwischen dem Hobby und dem Beruf. Auf der anderen Seite der Lehrerberuf zum Wetter hingegen sind es weniger parallel. Das Wetter lässt sich sehr gut in den Lehrerberuf integrieren. Das andere umgekehrt hat schon auch miteinander zu tun. Ich meine, die soziale Ordnung im Unternehmertum ist immer gut, wenn man eine hat. Oder wenn man jetzt nicht als arroganten hochnäsigen Geschäftsmann auftritt. sondern als sympathischen jungen Mann, der sich für das Wetter interessiert. ist. das sehe ich auch so. Aber für mich auch noch Unternehmer und Lehrer findet man nicht so viel. eine Kombination vielleicht nicht so oft auftritt. Ein Thema, bevor wir dann am Ende sind, das geht relativ schnell bei uns hier, das im Moment hochaktuell ist, ist der Klimawandel. ist der Klimawandel. Und wenn wir schon über das Wetter reden, dann möchte ich jetzt doch auch noch über den Klimawandel im Lichtstein reden. Wie stehst du zu dieser Thematik oder siehst du selber auch gewisse Sachen, die mit dem Klimawandel zu tun haben? Also ich sage immer, mein Business ist das Wetter und nicht das Klima. Es sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. das Wetter spielt sich in einem Zeitraum von einer Stunde bis in einem Monat ab in die Vergangenheit. Das Klima ab einem Jahr bis endlos in die Vergangenheit. Und mein Metier ist eigentlich das Wetter an sich, so wie es jetzt stattfindet. Und ich sage immer, darum setze mich mit dem Klima durchaus ein bisschen auseinander. Aber jetzt eben die Thematik Klimawandel und was sind die Ursachen dafür? Ist der Mensch die Ursache des Klimawandels? Ist es nicht der Mensch? Ist es eine natürliche Schwankung? Ist es keine natürliche Schwankung? Mit dem setze ich mich selber viel zu wenig auseinander, dass ich eine fundierte Antwort geben könnte. Was ich aber aus meteorologischer Sicht sage, ist, dass es in den letzten Jahren, und es ist dann doch etwas klimatisch, wärmer geworden ist. Ich will mich jetzt nicht über Gründe äußern, weil ich mich zu wenig damit auseinandersetze. Ich will mich auch nicht zu diesem Thema äußern, aber ich habe gedacht, wenn wir schon das Thema so aktuell ist... Wir können über die Fakten sprechen. Es ist wärmer geworden in den letzten Jahren. Wenn man anschaut, es gibt ja immer eine Klimanorme. Man sieht immer im Vergleich mit dem langjährigen Durchschnitt. Dort nimmt man jetzt immer wieder neuere Perioden her. Normalerweise gehe ich nicht in 30 Jahre her. 1980 bis 2010 ist jetzt die neueste Periode. Wir haben aber noch 1970 bis 2000 oder 1960 bis 1990. Und man sieht, wenn man eine Periode miteinander vergleicht, man muss immer von der Temperatur her rauf gehen. Und Niederschläge gehen meistens an. Also man sieht, es wird generell eher trockener und auch wärmer. Das ist der Fakt. Genau. Das ist ein Fakt. Jetzt ist die Frage quasi, wie geht es in Zukunft weiter? Wird es weiter ansteigen? Wird es nicht weiter ansteigen? Geht es wieder zurück? Oder warum geht es wieder zurück? Warum steigt es an? Oder warum nicht? Es sind jetzt die Fragen, die jetzt nachher hinten dran stehen. Was sind die Ursachen, dass es jetzt wärmer wird? Und das überlasse ich sehr gerne Klimaforscher und anderen, die sehr gerne darüber debattieren, ob jetzt z.B. CO2 eine Ursache dafür ist oder nicht. Ja. Witte mich auch nicht in die politische Diskussion, aber es hat mich einfach wundern genommen, weil du wirklich nahe am Wetter bist und das Thema so aktuell ist. Wie ich sagte, wir sind schon langsam im Moment. Die halbe Stunde ist schon durch. Das war sehr, sehr interessant. Es ist geflogen, ich weiss nicht was. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg in Zukunft. Ich hoffe, das Projekt zu professionalisieren und mit dem Wettering Vorarlberg jetzt ins Leichterstein übernehmen, dass du da Erfolg hast. Schaut alle rein, geht auf die Homepage Wetterstation Balzers, schaut auf die Homepage rein, ladet die App runter, wer regional informiert will, sie soll das machen. Danke vielmals, Kenny, dass du hier war. Danke auch für dich. Wir werden weiterverfolgen und wünschen dir alles Gute. Danke vielmals. Weitereante Applaus Vielen Dank.